Hallo und Willkommen bei GEMATES.derV. Heute testen wir das Bowlingspiel mit Mixed Reality. Viel Spaß! Game on! Und ja, dann kann man sich verabreden. So, das ist Bowling. Drehen wir mal am Rad. So, ihr kennt ja das Bowlingspiel. Wie man das aktiviert, ist ganz einfach. Geht auf Einzelspieler. Multiple weiß ich gar nicht, ob das geht. Das werden wir auch gleich testen. Das ist eigentlich eh egal. Spielen. Dann benutzt ihr den Spielsatz. Das Hauptbühne öffnen. Gemischte Reality. Und dann aktivieren Sie Mixed Reality. Aktivieren. Das brauchen wir eigentlich nicht zurücksetzen, oder? Oder machen wir das auch? Jetzt können wir ändern, wo zieht meine Bahn ist. So, aktivieren. Jetzt sind wir in mein Wohnzimmer. Man sieht das. Ist ja auch nicht so groß, die Wohnung. Und die Bahn geht jetzt Richtung dazu. Fernseher zur Wand. Und hier haben wir die Kugel. Ich zeige es mir immer nochmal. Das da. Und schieße es nochmal. Funktioniert sehr gut. Muss ich sagen. Das war dann eben. Oh, einer ist überblieben. Schade. Das war dann. Hö. 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 Yes! Ah, das ist blöd. Ja, das ist blöd. Ah, wieder zwei. Oder flinkt ihr noch um? Ah, yes! Wo ist denn die Bestliste? Sieht man jetzt gar nicht, wo ich dringend bin. Oh! Yes! Oh, komm! Oh, komm! Einer. Oh, ich hab's schon. Level 29! Zurück zur Lobby. Ich glaube, jetzt ist man wieder im Spiel, nicht im Wohnzimmer. Genau. Aber mehr Spiele wird's keiner spielen. Gucken wir mal. Ich bin alleine. Ich hab jetzt ein offenes Spiel gestartet. Mal gucken, ob das auch da geht. Schaut so aus. Aktivieren. Das passt so. Ja. Mhm. Jetzt sind wir online. Aber es ist noch keiner da. Können wir so ein bisschen spielen. Vielleicht kommt da wer. Yes! Das heißt, man kann auch online mit dem OMX Realty spielen. Mal! hör's aus. puff puff guck ва Oh mein Gott. Na komm. Ah, das ist blöd. Ah, das geht an... Na, das geht nicht los. Ach, yes. Na komm. Ah, schau. Ja, hätte mich gefreut. 0.30. Ja, zurück zur Lobby. Ja, mehr gibt es nicht zu sehen. Ihr kennt ja das Bullying, es ist ja länger drastend. Aber das mit Mixed Reality, das gefällt mir. Wie gesagt, wenn ihr mit mir spielen wollt, einfach in die YouTube-Kommentare schreiben, wann ihr spielen wollt mit mir. Und ja, das war es mit diesem Video. Und bis zum nächsten Mal, euer GemiZiv. Ciao. Ciao.